Hallihallo und willkommen zurück auf der Raben-Map. Wir spielen wieder Heroes of the Storm wie jeden Tag. Eine Runde. Heute wieder Illidon. Offensiv, bla bla, Regenerationstöten von Gegner mit den Schaden. Ich wollte das immer. Regenerationstöten gewährt ein Schild. Das mal ausprobieren. Ah, das ist nur sechsmal stapelbar. Wieso lassen mich eigentlich immer alle alleine? Ich hätte gerne Freunde. Wie war denn das hier auf der Karte? Nein, Leute. Swonky Pants. Oh, hier war niemand. Ha, ha. Gehen wir mal hier so hin. Aua, aua, aua. Die schießen auf mich, blöde Weiber. Komplett am Augenbrauen brauchst du eigentlich nicht, aber mach mal. So, ich muss jetzt auch mal weg. Selber schuld. Daher geht's vollkommen im Ratatoub. Ist das alles? Bild ein Talent. ich werde euch meine was hat man hier flächenschaden weitreichend erhöht die reichweite eine weise entscheidung endlich ja er spürt die klingen da hau ab wer holt sich die ja versteckt nach automatisch angriff noch der nächste automatische angriff noch die einsatz blockt automatisch angriff nachdem ich bin immer noch ein fan von diesem heilungs das ding oh fuck na na da du 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 metzen wir das fußvolk nieder ein talent das scheint mir doch etwas übertrieben ich werde ungeduldig na die alle habe ich erst mal verjagt der hat mich nicht angegriffen oder wer das auch immer war so so Nein, 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 nein. Nein, nein. Gibt alles Erfahrung, haut alles kaputt. Na, Bände geben keine Erfahrung. Nein. Ja, war wirklich ein guter Versuch, aber wer wurde leider nicht raus, verdammt normal. Ja, und der Paladin ist auch hin. Gegner sind auch schon wieder zwei Level im Vorsprung. Und wir sind verflucht. Es läuft nicht so gut. Hau die, halt die hier weg. Na toll. Es ist ja total super, wenn wir ein super Team, wenn wir ein gutes Team hätten. Es ist an mir zu handeln. Ähm. Nein. Voll in die Reingelaufen. Und wieso läuft das jetzt das erste Mal so, dass ihr sie alle weghaut? Und wer ist er hier eigentlich? Sieht aus wie der Skeletttyp aus der Skelettmap. Dafür werden sie zahlen. Dafür werden sie zahlen. Scheidt. Übrigens. Ich will nur um. Schnell. Schnell. angriffsbonusschaden 18 Oh fuck! kommt zurück kumpel kommt zurück ich schwöre im lebenspunkt vom ziel aktivieren mal schild zu erhalten der rabenfürst fordert seinen tribut ein das böse rückt näher die 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ich glaube, ihr schuldet mir Tribune. Los, 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 komm, holt euch den Vogel, na, na, da ist er auch wieder hin. Nee, gar nicht, das ist der Gegner. Ich will auch. Holt euch die Hexe. Der stapelt sich die ganze Zeit über, das ist cool. Ich doch. Das war's für heute.